Heute bin ich als Berliner unendlich stolz, Karlsruher zu sein und freue mich ganz wahnsinnig auf das Verfassungsfest. Für mich ist der wichtigste Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das haben wir deswegen auch außen ans Staatstheater drangeschrieben und natürlich auch die Freiheit der Kunst. Warum ist unsere Verfassung, das Grundgesetz, wichtiger denn je? Ich glaube, weil die Demokratie an den Rändern ein wenig gefährdet scheint. Und wenn wir stolz sind auf unsere großartige Verfassung, dann mache ich mir eigentlich um unser Land keine Bange.